Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir fahren mal den LKW zurück. Wir müssen wieder ein bisschen Holz nachholen. Wir müssen ein paar Bäume fallen. Oder wir werden noch ein paar Stuppen wieder fräsen, damit wir zum Herbst noch einmal Bäume pflanzen können. Das werden wir tun. Die Fräse ist eh vor Ort. Und dann können wir gleich losgehen. Soll ein LKW hier an der Straße stehen oder fahren wir rechts über? Unser Grund am Boden, das Gebüsch. Da oben steht der Ding. Hätten wir auch hinfahren können, ne? Na egal. Das hinten, die Fräse, weil wir da besser mit dem LKW sonst rankommen. Unser Grund am Boden zu nehmen. Da oben steht der Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Dann kann ich den LKW noch einmal an. Das ist das Ding. Da oben steht der Ding. Vielen Dank. Ja, schlecht zu sehen, ne? Ja, schlecht zu sehen. Ja, schlecht zu sehen. Ja, so eine leidige Arbeit muss leider gemacht werden, weil wir tun uns keinen Gefallen, damit wir uns nicht stehen lassen würden. Beim nächsten Mal würden wir uns letztendlich ständig im Weg stehen. Und... Ich würde dann rechnen. ... 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 Schauen, anders, genau, wie wir sehen. Das ist weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Baum für Baum Oh, so lang ist es aber sicher Ich bin wohl der erste Schritt bald weg, ne? Oh, so lang ist es so lang, 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 ne? stück ende das ende oder rechts und kraftigen stoß oh liebe zuschauer das soll es heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen aber es war nicht so langweilig kommen die liga tage wo es ein spannender wird dann seid mal füße und winke winke ich weiß jemals morgen wieder